Ja, meine Lieben, das ist wirklich ein Booster. Das heißt, wenn Sie bei sich zu Hause negative Energien spüren, in der Küche, im Badezimmer, in den Nassräumen, wenn Sie merken, dass sind Blockaden, wenn zum Beispiel der Herz ins Mal nach Hause kommt und es ist ja aber noch nichts gekocht, weil kein sauberes Geschirr mehr da ist, dann ist das Ihr Kristall, meine Lieben. Das ist Ihre Chance auf einen ganz persönlichen, energetisierten Clearing-Kristall. Ja, und wir haben einen Preis. Dieses Produkt kostet 698 Euro und 99 Cent. Das ist ein super Preis, meine Lieben. Das ist ein super Preis, lieber Daniel. Und dieses Produkt ist versandkostenfrei, wenn Sie telefonisch bestellen und ganz neu, jetzt im Shop, der Clearing-Kristall als Anhänger. Das ist der Hammer. Wow. Wow. Ja, meine Damen und Herren, viele von Ihnen haben ja auch bereits das ganze Set bestellt und da können Sie auch ganz, ganz viel Geld sparen. Stimmt's, Daniel? Ja, ganz genau. Genau. Wenn Sie nämlich alle drei Kristalle, alle Clearing-Kristalle haben möchten und damit für jede Situation gewappnet sein möchten. Ne, Daniel? Absolut. Und schau mal, diese Diamanten, wie schön die funkeln und wie die riechen, meine Lieben. Das ist der Hammer. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, meine Lieben. Das ist der Unterwasser-Sommerkristall aus der neuen Zeit. Und um diesen Kristall herum fließt immer ganz besonders viel Energie. Daniel, wie funktioniert denn dieser Unterwasser-Kristall? Ja, das ist unsere persönliche Verbindung mit ganz, ganz nach unten, mit der Mutter Erde, meine Lieben. Das ist nicht übertragbar. Das ist nicht übertragbar. Das heißt, jeder Einzelne trägt seinen eigenen Kot in sich. Seinen eigenen Kot? Ganz genau. Wow. Und zu diesem persönlichen Clearing-Kristall gibt es noch etwas ganz Besonderes dazu. Stimmt's, Daniel? Absolut. Das ist das Bonbon, meine Lieben. Denn dazu geht es kostenlos. Diesen exklusiven Kristallcontainer. Und damit können Sie Ihren persönlichen Clearing-Kristall, liebe Zuschauer, immer und überall bei sich tragen, wohin Sie auch gehen. Und schau mal, das Design, das ist Fashion Week in Berlin. Wow. Das ist wow. Das ist ein Thema. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage.